So, der Biccuchauer hat das Fahrrad auch mit den Maschinen. So, der Biccuchauer hat das Fahrrad auch gut gestorben. Witzleinste auch. Ja. Wir sind heute bei den letzten zwei Runden. Der Hund! Warte, da brauche ich noch den Hund! Uuuuh! Ey Luki, ich habe so geworfen! Nein, das ist einfach zu klein, ein Trausklar! Ein Trausklar! Der ist schon zu tief, weißt du? Der Luki ist schon zu tief! So, ich bin schon zur letzten Runde! Da steht schon der Ersche! Die Nummer 91, der Schöbig, Alex! Der fährt bereits die letzte Runde an! Und dann, meine Damen und Herren, möchte ich einen Applaus sehen für euch, wenn sie rauszufahren, feiert sie mir so den Hade, jungen Bärchen! Den Fauchen ist nicht mehr aufgerufen! Der, wie gesagt, der Hochstandsmeisterschaftsläufe heuer schon absolviert hat! Der hat gesagt, ich bin noch 30.000 Kilometer zurück! Da muss man wirklich auch den Rückgang aufgerufen! Und wir brauchen erstens einmal ein gutes Talent dazu! Und Talent ist dann nicht nur das Ausschlaggebende, es müssen auch super Material haben! Und da sind die Eltern, beziehungsweise auch die Schöpfe schon gefordert! So, wie passiert dann da den ersten Ermüdungserscheinungen? Schau mal ein wenig! So! 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 Das ist der Tag an! Gratuliere!